H7-Lampentausch beim Polo. Die H7-Lampe befindet sich hier unter der Abdeckung. Die kann ich einfach abziehen. Das ist ein bisschen hier fest. Ich ziehe sie ganz ab, legen wir da hin. Dann sehe ich hier schon die Lampe. Die kann ich jetzt einfach rausziehen. Die kann ich erstmal abziehen. Dann ziehe ich die Lampe hier heraus. Zack, da ist sie. Einfach die neue Lampe nehmen. Da ist sie und jetzt in umgekehrter Reihenfolge wird sie einfach wieder eingebaut. Ich muss natürlich vorher merken, wie die Einbaurichtung war, wenn die Lampe nur einmal passt. Das heißt, dieses Teil hier, das kommt dann nach oben wieder. Also in umgekehrter Richtung wieder rein. Und man sieht es auch hier, die Aussparung. Das ist ein bisschen schwierig, wenn man noch eine Hand hat. sieht man genau, dass es auch passt. Jetzt drücke ich das einfach wieder rein. Das muss einmal rasten. So, klack, richtig sitzt es. Dann den Stecker wieder drauf. Na, der will nicht. Dann klemmt ihr ein bisschen. Dann muss da rüber so jetzt. So, gucken, dass das richtig drauf sitzt, dass da keine Feuchtigkeit dran kommt. Ja, und dann war es ja schon. So einfach ist die Lampe ausgetauscht.